Wenn wir das Huhn auf die Werkbank stellen, dann explodiert es. Naja, ich sag mal so, die Mod hat den Vogel komplett abgeschossen. Hallöchen und herzlich willkommen zu einem lustigen Minecraft-Abenteuer zu einer neuen Mod. Mit mir, der gemeinen Fanta, dem Koppa. Heute sind wir in unserer kleinen Nachbarschaft und werden uns die dämlichsten Mods aller Zeiten anschauen. Explodierende Hühner, komische Kissen, gefährliche Jojos, mit denen wir unsere Freunde nerven können und vieles mehr. Das wird so bescheuert. Da hinten ist unser kleiner Big Mac, unser Freund mit seinem Keks. Der hat wieder einen Flohmarkt aufgemacht mit ziemlich verrückten Sachen. Unser kleines Würstchen Luppi ist auch dabei. Hallöchen. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Am besten gehen wir direkt hin. Jetzt bin ich mal gespannt. Hey, Luppi, komm her. Du brauchst keine Angst zu haben. Wenn er beißt, dann beißen wir zurück. Da ist sie auch schon. Unser gelbes Gummibärchen. Hallöchen, du gelbe Knete. Was verkaufst du denn? Ich verkaufe meine Sachen für Kekse. Oh, okay. Das ist cool. Was können wir denn dieses Mal bei dir kaufen? Wir schauen uns mal um. Was haben wir denn hier? Mal schauen. Als erstes haben wir Hühnchen. Sind das wirklich ganz normale Hühnchen? Ein Hühnchen zum Mitnehmen, bitte. Was ist los mit dir, Luppi? Hühner sind doch deine Lieblingstiere. Ähm. Was hast du getan? Luppi, warum? Du blöder Köter. Ich mag dich nicht. Also Hühner kann ich immer gebrauchen. Welches wollen wir mitnehmen? Ich glaube, wir nehmen, äh, das Weiße. Nice. Ich werde für immer auf dieses Hühnchen aufpassen. Das kaufen wir. Hey, Big Mac. Hallöchen. Wie viele Kekse möchtest du für das Huhn haben? Nein, ich werde nicht das Huhn auf die Werkbank stellen. Ich weiß, was passiert. Okay, Achtung. Hier. Was? Nein. Nein. Big Mac. Was hast du getan? Das Huhn ist in 1000 Chicken Nuggets zerteilt. Krass. Jetzt liegen hier überall Nuggets rum. Alter. Das ist wie ein Puzzle. Das Hühnchenpuzzle. Ab null Jahren. Kleine Teile dürfen verschluckt werden. Wer hat sich so einen Mist ausgedacht? Hat irgendwer Kleber? Das sind Hühner, die explodieren. Das ist nicht mehr witzig. Hier hört der Spaß auf. Diese Mod gehört verboten. Mehr davon. Yay. Silvester. Mehr davon. Hat sich das Huhn in uns verknallt? Mehr davon. Ein Spaß für die ganze Familie. Der Knaller. Mehr davon. Nochmal. Mehr davon. Damit kann man seine Freunde richtig ärgern. Aber glücklicherweise sollten wir alle Nuggets haben. Da können wir das Huhn wieder zusammenkleben. Das ist so bescheuert. Beste Mod aller Zeiten. Was passiert, wenn wir das Huhn falsch zusammenbauen? Sowas habe ich noch nie in Minecraft gesehen. Was war zuerst da? Das Huhn oder der Nugget? Aber hey. Wir haben es wieder zusammen gepuzzelt. Da können wir ja doch Freunde sein. Ähm. Der hat sich selbst in die Luft gejagt. Diese Mod hat echt den Vogel abgeschossen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was passiert eigentlich, wenn wir uns auf die Werkbank stellen? Achtung. Mutprobe. Alle. Hep. Ähm. Hey. Das ist enttäuschend. Wie? So? Passiert da nichts. Mann. Ich werde einfach Big Mac auf die Werkbank stellen. Nein. Kleiner Scherz. So viel zum Huhn. Bevor wir zu den Jojos kommen, haben wir erstmal Kissen. Alter. Schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe, ähm, recherchiert. Das sind Darkimakura Kissen. Es sind Kissen zum Umarmen. Die gibt es wirklich. Es gibt so viele Variationen. Es sind fast alle Monster und Tiere vertreten. Alter. Das ist der Wahnsinn. Man kann sogar sein eigenes Kissen selber designen. Das ist ganz einfach. Das, was man am liebsten umarmen möchte, kann man zeichnen. Ein eigener Kissenbezug. Echt cool. Was für Kissen würdet ihr zeichnen? Ich meine, welches Kissen wollen wir überhaupt kaufen? Urzelot. Ich habe eine Katzenhaarallergie. Bei meiner Katzenallergie würde ich direkt anschwellen. Dann sehe ich genauso aus wie ein Kissen. Schweinekissen. Das ist mir zu eingesaut. Wegen Sau. Wegen Schwein. Loro Kissen. Sehr witzig. Ganz ehrlich, beim Loro Kissen, da bekommt selbst die Albträume Albträume. Alter. Ähm, dein Ernst? Der hat ja einen Leberfleck. Das ist kein Leberfleck. Das ist ein Lederfleck. Ich glaube, wir nehmen das Steve-Kissen. Das werden wir auf jeden Fall mitnehmen. So viel zu den Kissen. Achso. So, bevor wir zu den Jo-Jos kommen, die Kissen kann man einfach bauen. Wenn man Monster besiegt, dann bekommt man solche lose. Wenn man diese öffnet, dann bekommt man ein Design. Das Design wird sechs Wolle kombiniert und schon bekommt man ein Kissen. Nice. Ist ganz einfach. So viel zu den Kissen. Am Ende werden wir Big Mac bezahlen. Dann kommen wir zu den Jo-Jos. Ich mag Jo-Jos. Die sind echt lustig. Damit will ich spielen. Hauptsächlich können wir damit Freunde angreifen. Damit können wir einiges anstellen. Pass auf. Es gibt acht Jo-Jos. Jo. Es gibt eins aus Holz, Stein, Eisen, Gold, Diamant. Jo-Jos mit Scheren, um Schafe zu scheren. Mega lustig. Schleim-Jo-Jo, um an Wänden hochzuklettern. Und Regenbogen-Jo-Jo. Nein. Das ist ein Regen-Bo-Jo. Das wollte ich schon immer haben. Haha. Wie cool. 9.000 Angriffsschaden. Mega abgefahren. Das ist mehr als 10. Krass. Kann man schnell zusammenkleben. Je seltener das Material, desto stärker. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal ein paar mit. Die müssen wir auf jeden Fall ausprobieren. Hey, das funktioniert echt gut. Haha. Wie das hier durch die Gegend fliegt. Das macht richtig viel Spaß. Flieg und Sieg. Schaut euch mal ein langes Seil an. Ich glaube, ihr habt eine Schraube locker. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist krank. Seid ihr auch solche Jo-Jo-Typen? Jo, ich möchte Kekse. Jo, ich möchte schulfrei. Jo, ich möchte dem Video einen Daumen nach oben geben. Sonst bin ich ein Blödmann. Damit könnte ich stundenlang spielen. Bei dem Seil, das könnte ins Auge gehen. Ups. Äh. Nein. Oh, oh. Ah, nein. Das wollte ich nicht. Das war ein Versehen. Nein. Nein, 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 nein. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich in Ruhe. Ich mag dich nicht. Verschwinde. So. Was rennst du mir auch ins Jo-Jo? Blödmann. Aber schaut es euch an. Je teurer das Jo-Jo, desto länger die Schnur. Nice. Hallöchen. Jo. Möchte jemand mit uns Jo-Jo spielen? Der kleine Junge hat ein Stein-Jo-Jo. Ich hab ein Scheren-Jo-Jo. Hab ich jetzt verloren? Ich wette, ich hab ein längeres Seil. Hier, das Koppa-Jo-Jo. Wollen wir spielen? Zack. Zack. Nein. Das wollte ich nicht. Nein. Nein. Ah. Ah. Das war keine Absicht. Das war ein Versehen. Wenn das Absicht gewesen wäre, dann wärst du jetzt Matsche. Ich mag dich nicht. Blödmann. Das hast du jetzt davon. Hör auf mit deiner Schnurse rumzuwedeln. Geh weg. Geh weg. Weg. Diese Jo-Jo sind so genial. Das Jo-Jo ist der neue Fidget-Spinner. Diese Jo-Jo müssen wir jedem zeigen. Wer hat noch nicht mein Jo-Jo gesehen? Das ist das Coolste, was ich je gesehen habe. Haha. Wer will mit mir Jo-Jo spielen? Du vielleicht? Haha. Hahaha. Was man damit alles anstellen kann. Wieso will keiner mit uns Jo-Jo spielen? Ihr seid alle doof. Achtung, Achtung. Eine Durchsage. Nehmt der sprechende Kartoffel das Jo-Jo weg. Dankeschön. So viel dazu. Mal schauen, was wir mit der Scheren-Variante machen können. Schaut euch das an. Mit dem Scheren-Jo-Jo können wir Blätter abschneiden. Yeah. Krass. Wie kommt man auf so eine Idee? Liebes würde ich alle Jo-Jo kaufen. Vor allem, wie sich das dreht. Allein der Sound. Das ist awesome. Mehr davon. Mehr davon. Wie schnell das geht. Moment mal. Hey. Da sind Eulen. Hallöchen. Hey, Eule. Wollen wir Jo-Jo spielen? Komm schon. Na. Hier. Hallo. Jo-Jo spielen. Sie kommen zu uns. Ach. Nein. Was? Ach. Komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Du blödes Vieh. Was fällt dir ein? Ich wollte doch nur spielen. Es pickt. Aua. Das tut weh. Ich hasse Eulen. Seit wann spielen Eulen nicht mit Jo-Jo's? Du blödes Vieh. Wenn du mir folgen möchtest, dann abonnier mich auf YouTube. Alter. Ach. Mann. Das kann nicht wahr sein. Versteht ihr denn keinen Spaß oder was? Warum seid ihr so aggressiv? Wieso wollt ihr mich verletzen? Ich treffe dieses kleine Ding nicht. Du kleiner Popel. Geh weg. Schluck das Jo-Jo. Schluck das Jo-Jo. Geh weg. 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 Ich mag dich nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso treffe ich es nicht? Nein. Wir sind fast besiegt. Das kann doch... Was? Ähm. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hasse Eulen. Guck mal. Hier sind Schafe. Komm mal Schafe. Die gehören Big Mac. Schade. Den dürfen wir nicht spielen. Hey. Guck mal. Mit dem Scheren-Jo-Jo können wir Schafe scheren. Nice. Yo. Ich möchte Wolle. Yo. Ich möchte Schafe scheren. Jo-Jo spielen. Na. Das macht echt Spaß. So viel zum Scheren-Jo-Jo. Dann haben wir das Schleim-Jo-Jo. Damit können wir uns überall hochziehen. Ähm. Moment. Komm schon. Naja. Funktioniert jetzt nicht so gut. Da habe ich schon Besseres gesehen. Irgendwie funktioniert das nicht. Irgendwie hänge ich in den Seilen. Das wäre auch zu warm, schön zu sein. Das ist am Kleben. Ein klebriges Jo-Jo. Können wir damit einem Doofbewohner eine kleben? Moment. Ah. Nein. Das war nur ein kleiner Scherz. Lass mich in Ruhe. So viel zum Schleim-Jo-Jo. Ah. Dann haben wir das Regen-Bo-Jo. Ich liebe dieses Ding. Das ist das beste Jo-Jo aller Zeiten. Allein die Reichweite. 9.000 Angriffsschaden. Alter. Bei der Reichweite können wir alles vernichten. Dieses Ding ist so böse. Damit können wir jede Kuh in Hackfleisch verwandeln. Yeah. Mit dem Regen-Bo-Jo können wir sogar Items aufsammeln und zu uns ziehen. Das ist das einzige Jo-Jo, was man nicht craften kann. Hat Big Mac geschummelt oder woher hat er das? Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann müssen wir nur noch bezahlen. Hey Big Mac. Hey mein Gummibärchen. Was möchtest du für den ganzen Krempel? Für alles möchte ich 17 Kekse haben. Äh. Was? So viele? Bist du komplett bescheuert? Ich hab aber nur 9. Moment. Äh. Das lässt sich einrichten. Der hat doch sicherlich noch welche bei sich gebunkert, die wir klauen können. Hier ist eine Kiste. Moment. Ähm. Hat der in seine Truhe gemacht? Der hat in seine Truhe gemacht. Alter. Das kann doch nicht sein. Was ist falsch mit dem? Vielleicht finden wir was in seinem Bub. Moment. Los Pikachu. Du bist dran. Ähm. Moment. Was? Was? Der hat einen Diamanten gegessen? Das kann doch nicht wahr sein. Hier. Kuchen. Ich wusste es. Damit können wir die Sachen bezahlen. Natürlich. Hier mein kleines Gummibärchen. Den hab ich selber gebacken. Wo der herkommt, da gibt's noch viel mehr. An dieser Stelle ein ganz wichtiger Hinweis. Es gibt noch viel mehr von solchen kleinen bescheuerten Mods bei einer Skala von 0 bis Apfelmus. Wie fandet ihr die Mods? Noch eine Folge von Big Macs Flohmarkt mit unsichtbarer Rüstung. Und einem Schleim der Sachen klaut. Findet ihr auf dem Bildschirm. Einfach klicken. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf weitere Folgen. Mods, Troas und mehr. Das war eure sprechende Kartoffel. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020